Hallo liebe YouTuber, Facebooker und Social-Media-Freunde, mein Name ist Daniel Schild, ich melde mich aus dem Studio von Online Lessons TV und ich habe die ehrenvolle Aufgabe heute, ein tolles neues Mikro zu präsentieren und zwar von Bayer Dynamik, das TG D71C, das ist eine Grenzfläche von Bayer Dynamik und die habe ich vor kurzem ganz neu auf der Messe in der Hand halten dürfen und danach direkt mein Produktmanagement darauf angesprochen, ob ich so eins nicht mal fürs Studio beziehungsweise für die Tour zum Testen bekommen kann. Prompt war es dann da, ich packte es aus, nahm es mit und habe es meinem Techniker gegeben, wir haben es in die Bassdrum gepackt und waren beide unglaublich happy. Endlich mal eine Grenzfläche, die nicht nach Grenzfläche klingt, sondern wirklich eigentlich wie ein wunderbar traumhaftes Mikrofon, es macht einen schönen vollen Sound, warm und weich, wenn man bei 4000 ein bisschen was reindreht, dann hat man noch ein bisschen mehr Attack, ein bisschen mehr Kick, ansonsten braucht man eigentlich kaum EQing, plug and play, at its best sozusagen und wie das Mikro klingt, das könnt ihr jetzt im folgenden Song von Philipp Bölter hören, Get Me Out. Viel Spaß. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.